Die Faszination am Ballonfahren ist für mich einfach die Stille in der Luft, dann die ganze Welt einfach von oben zu betrachten und vor allen Dingen einfach die glücklichen Leute, die wir dann nach der Ballonfahrt dann immer bei uns und um uns drum herum haben. Die heutige Route ging hier von Hinterzaden aus direkt von der Kirchwiese, sind wir gestartet, sind dann Richtung Waldau über das Lohrstal rüber bis zur B500 bis Richtung Neukirch. Lenken kann ich immer nur mit den verschiedenen Winden, die wir in verschiedenen Höhen haben. Das ist so die Navigation, die die Ballonfahrer ausnutzen können und so habe ich da eben dann hin navigiert. Das ist so die Verteidigung.